Schön! Na, na, weiß nicht. Kann ich den ausbauen? Nee, kann ich nicht ausbauen. Das ist schade. Aber ich kann den Wachtturm noch angreifen. Mit neun Stück. Der sollte mir eigentlich nicht so viel entgegensetzen können. Müssen eigentlich alles schwache Soldaten sein. Schwache Soldaten, also Soldaten. Keine Offiziere oder Generäle oder Unteroffiziere. Keine Wuschelte. Wuschelte, genau. Ja. Ich hab den Kopf gewonnen. Ich mach ihn langsamer. Jo, ich hab den Angriff gewonnen. Kann ich ihn drücken. Ah nein, nein, nein. Ne. ... oder Biologen hinschicken... ... 13... Na komm, jetzt wo wir gerade eine Strähne haben... ... hier brauche ich keine Münzen mehr... ... die Barca brauche auch keine Münzen mehr... ... brauche ich keinen ausbauen... ... dann brauche ich den auch aus... ... aber wie es aussieht... ... bin ich jetzt mal... ... nicht der Unterlegene... ... oder vielleicht doch... ... habe ich noch genug Reserven? ... na, nicht wirklich... ... bei dem kann ich auch was bauen... ... oder ist er hier zurück? ... oder greift er mich an? ... woher rennt der Typ? ... seht ihr das? Achso, der nach da unten... ... da unten auch noch ein Baracke! ... cool, dann hole ich mir die auch nochmal... ... den kann ich nicht ausbauen... ... okay... ... dann gehört mir die Baracke unten auch... ... kann ich sogar ausbauen... ... woher... ... woher... ... ein Effekt... ... woher... ... ist б Account. hier brauche ich keine goldmünzen mehr der wachtturm der kann auch entleert werden genauso wie die baracke und die festung die festung da reicht ja ein soldat gott sei dank lief das jetzt besser du willst das nicht ausbauen nein das willst du nicht ausbauen wirklich so eine kleinigkeit kann über sicherlich entscheiden ich habe gewonnen die ausbauen ja kann ich da kann ich nur mit 4 angreifen 4 sind zu wenig ich habe genug goldmünzen ich habe genug eisenerz ich habe nicht genug kohle ich waffen naja bier habe ich mehr als genug rohstoffe habe ich mehr als genug ausbauen kann ich hier nicht wahrscheinlich wegen den bäumen daneben ich könnte hier ein vorgeschobes lager hinsetzen aber brauche ich nicht wirklich nach stuhe wird ausgebaut ich schlafen also kann nahrung kriegen wie sieht es allgemein mit nahrungsmitteln aus und die schweine köpfe hier sind schweine eingelagert aber irgendwie bekommt die fleischerei der hinten nichts ab den soldaten kann ich rausziehen soldaten habe ich nicht mehr viele gebäude fest und was war denn nur hier dann komm lass ich erstmal ausbauen bevor ich hier weiter ziehe höchste geschwindigkeitschub habe ich ich habe so ein bisschen was ist da oben wie viel gegner habe ich eigentlich wo kann man sehen ich habe zwei gegner das heißt einer wird da irgendwo hinten noch 13 10 12 komm mach mir den platt einfach 13 leute reichen hier dürfte echt nicht mehr viel haben so werden wir hier angreifen dann hole ich mir kurz was zu trinken ich bin sofort wieder da um die jy die hier 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 Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na ja... Aber... Ich will... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will... 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 Ich will...